Denken Sie alleine daran, die Anzahl der Marshall-Körper, die eingesetzt wurden, sind palästische Raketen und jetzt auch iranische Drohnen. Am Beginn des Krieges sind die Russen ca. 530 eingesetzt. Da haben wir gesagt, naja, das wird es ja wohl gewesen sein. Wir sind für einen Amerikaner 2003 im Irak eingesetzt. Im Juni waren wir bei 2700, im August bei 3800. Dann im November bei 4700 und jetzt sind wir bei 5300 plus. Das gab es so noch nie in der Kriegsgeschichte.